EZE DEUS Wie ich werde, was ich bin Über Friedrich Schillings Freiheitsschrift Ein Essay von Volker Braumann Vorangestelltes Motto In ihm, dem Menschen, ist der tiefste Abgrund und der höchste Himmel. Friedrich Schelling Schellings Untersuchung über das Wesen der menschlichen Freiheit gehört zu den zentralen Texten jener philosophisch so fruchtbaren Epoche, die heute als deutscher Idealismus bezeichnet wird. Friedrich Schelling veröffentlichte sie zusammen mit anderen seiner idealistischen Schriften im Jahre 1809. Abgesehen von einigen wenigen Abhandlungen und Aufsätzen sollte Schelling in den nächsten 45 Jahren bis zu seinem Tod 1854 nichts Wesentliches mehr veröffentlichen. Als er seine Freiheitsschrift veröffentlichte, war er 34 Jahre alt und hatte über einen Zeitraum von 15 Jahren, angefangen mit seiner Schrift über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt aus dem Jahre 1794, in großer Regelmäßigkeit eine Schrift nach der anderen in die philosophische Diskussion eingebracht. Wo nun treffen wir Schelling in seiner Freiheitsschrift philosophisch gesehen an? Wir treffen ihn bei dem Versuch an, die menschliche Freiheit in ein über den Menschen hinausgehendes, geschlossenes, metaphysisch-theosophisches System zu bringen. Stark zusammengedrängt und erbehelfsmäßig lässt es sich vorerst so zusammenfassen. Der Mensch ist frei. Mit seiner Freiheit hat er innerlichen Anteil an Gott, der die gesamte Natur und die Menschen aus freien Stücken hervorbringt und sie erhält. Wobei Gott nicht gewählt hat zwischen verschiedenen Möglichkeiten, sondern beschränkt war und ist auf diese eine gegebene Welt. Beim Werden der göttlichen Schöpfung als Selbstoffenbarung Gottes ist der Mensch nicht außer, sondern in Gott. So ist der Mensch von Freiheit beseelt. Oder wie Martin Heidegger es in seiner Vorlesung zur Freiheitsschrift auf den Punkt bringt, nicht die Freiheit ist Eigentum des Menschen, sondern der Mensch ist Eigentum der Freiheit. So weit, so gut. Nichts spricht dagegen, es so anzunehmen. Aber ist damit irgendetwas haltbar erklärt? Sind dies nicht alles Behauptungen, die man auch genauso gut umkehren könnte? Kurz, trägt dies nicht alles rein hypothetischen, um nicht zu sagen, spekulativen, idealistischen Charakter? Und außerdem könnte man nun herausgefordert sein, zu fragen, »Wenn der Mensch wirklich frei ist und in Gott, warum ist er dann böse?« »Wie kann das Böse in den Menschen kommen, wenn er doch in Gott ist?« Oder anders gefragt, »Wie soll denn Freiheit, welche die Freiheit zum Bösen in sich mit einschließt, möglich sein in einer dem göttlichen Willen entsprungenen Welt?« »Also entsprungen einem Willen, der vollkommen gut und vollkommene Liebe ist?« Man wird unausweichlich mit dieser sogenannten Theodizeefrage konfrontiert, so wie man die Existenz der menschlichen Freiheit und die Allgüte wie die Allliebe Gottes postuliert. Daher kann es nicht verwundern, dass ein großer Teil der Freiheitsschrift sich der Beantwortung eben jener verwickelten Frage widmet. Schellings Argumentation fällt dabei verblüffend aus und weicht in wesentlichen Punkten von den Herleitungen und Systemen seiner Vorgänger ab. Wenn der Mensch, so Schelling, zum Guten wie zum Bösen fähig ist und gleichzeitig in Gott ist, so folgt daraus konsequent, dass auch Gott zumindest etwas in sich trägt, das zur menschlichen Freiheit führt und damit auch das Vermögen zum Bösen in sich schließt. Dies ist insofern neu und erstaunlich, da Schelling das Böse nicht als einen Mangel an Gutem abwertet und dem damit Nichtsein unterstellt, sondern ihm seinen Ursprung in Gott zuschreibt. Dabei geht Schelling von dem Axiom aus »Nichts entsteht aus Nichts«. Es muss also in Gott selbst etwas geben, das im Menschen das Böse erregt. »Erregt« ist dabei an dieser Stelle ein passendes Wort, denn Schelling selbst nutzt dieses Verb, um den Prozess zu beschreiben, der das Böse einst weckte. So heißt es in der Freiheitsschrift Nachdem einmal in der Schöpfung, durch Reaktion des Grundes zur Offenbarung, das Böse allgemein erregt worden, so hat der Mensch sich von Ewigkeit in der Eigenheit der Selbstsucht ergriffen. Und alle, die geboren werden, werden mit dem anhängenden finstern Prinzip des Bösen geboren, wenngleich dieses Böse zu seinem Selbstbewusstsein erst durch das Eintreten des Gegensatzes erhoben wird. Nur aus dem finstern Prinzip kann, wie der Mensch jetzt ist, durch göttliche Transmutation das Gute als Licht herausgebildet werden. Ohne hierzu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, bemerken wir bereits an der Oberfläche dieses Zitats, dass Schelling etwas in die Beantwortung der Theodizeefrage legt, was viele Philosophen vor ihm, vielleicht aus Harmoniebedürftigkeit heraus, ausgeblendet hatten. Und zwar das Finstere, das Regellose, das Chaos, dem blinden Willen als Quelle des Bösen. Indem Schelling dieses finstere Prinzip Gott mit einverleibt, gibt er ihm damit auch die Dimension des Lebendigen, des Wesenhaften. Für Schelling ist Gott weitaus mehr als nur ein abstraktes Sein, mehr als ein geistiges Prinzip, das, wie der Pantheismus meint, jedes Ding durchwaltet. Schelling drückt es so aus. Entweder ist uns das Urwesen ein mit einem Mal fertiges und unveränderlich vorhandenes. Dies ist der gewöhnliche Begriff von Gott, der sogenannten Vernunftsreligion und aller abstrakten Systeme. Allein, je mehr wir diesen Begriff von Gott hinaufschrauben, desto mehr verliert Gott für uns an Lebendigkeit. Desto weniger ist er als ein wirkliches, persönliches, im eigentlichen Sinn, wie wir lebendes Wesen zu begreifen. Verlangen wir einen Gott, den wir als ein ganz lebendiges, persönliches Wesen ansehen können, dann müssen wir ihn eben auch ganz menschlich ansehen. Wir müssen annehmen, dass sein Leben die größte Analogie mit dem Menschlichen hat, dass in ihm neben dem ewigen Sein auch ein ewiges Werden ist, dass er mit einem Wort alles mit dem Menschen gemein hat, ausgenommen, die Abhängigkeit. Mit dieser Gottessicht entfernt sich Schelling weit von den mechanistischen und okkasionalistischen Theorien, die, auf die kathesische Trennung von Res Extensa und Res Cogitans zurückgehend, im 18. Jahrhundert das metaphysische Nachdenken über Gott und die Welt nachhaltig beeinflussten. Bei Schelling stattdessen wird die Welt zum Kampfplatz der Formkräfte des Lichts gegen die ins Regellose strebenden Kräfte der Finsternis und des Chaos. Und welche Rolle spielt die Natur bei alledem? Die Natur wird zur Bühne dieses im Steten Werden begriffenen Ringens und der beiden Prinzipien Grund und Existenz, die in der Person Gottes selbst noch unzertrennt sind. Dies ist ein wichtiger Punkt. Denn Schelling will damit nicht sagen, dass Gott selbst an sich von Grund auf böse sei, also wie der Mensch das Vermögen von Gut und Böse besitze. Dies daraus abzuleiten wäre ein Irrtum. Schelling deutet den Kampf der Gegensätze vielmehr als das notwendige Wechselspiel von Kräften, die ihm, Gott, erst zur Selbstoffenbarung verhelfen. In der Freiheitsschrift spitzte Schelling auf den prägnanten Satz zu »Ohne Finsternis kein Licht«. Nach Schelling ist der Kosmos geordnetes Chaos, eine aus der grundlegenden Formlosigkeit hervorgehende Form, ermöglicht erst durch die vor aller Schöpfung unzertrennt in dem liegenden, aber noch nicht wechselwirkenden zwei Prinzipien, namens Grund und Existenz. Schelling assoziiert mit diesen zwei Prinzipien im Laufe der Schrift verschiedene Begriffe. So ist er auf der einen Seite der Grund, den er auch als »Willen des Grundes« bezeichnet. Er nennt ihn auch den Grund zur Existenz oder »Partialwillen«. Mit ihm assoziiert sind »Finsternis«, »Blinde Sehnsucht« und »Kaos«. Auf der anderen Seite ist er die Existenz als der Wille der Liebe, als der Universalwille. Mit der Existenz assoziiert sind das Licht, der Kosmos, der Geist, das Wort und der Verstand. Versuchen wir hier, diese beiden zentralen Begriffe der Schrift noch näher zu fassen, um das Folgende, das auf ihrem Wechselwirken beruht, besser zu verstehen. Der Grund darf hier nicht missverstanden werden als Anfang einer Kausalkette. Von diesem kausal-mechanistischen Verständnis, wie es in den Wissenschaften vorherrscht, muss man sich bei Schelling lösen, will man ihm in seiner naturphilosophischen Betrachtungen näherkommen. So meint Grund bei Schelling vielmehr die Basis, die Grundlage. Aber die Grundlage wofür? Für die Existenz. Denn diese, als das aus sich Heraustretende, bedarf dafür des Grundes. Das eine bedarf des anderen, damit die Schöpfung überhaupt möglich wird. Grund und Existenz gehören also zusammen, und diese Zusammengehörigkeit erst ermöglicht die Selbstoffenbarung Gottes. Aber wer ist Gott? Gott ist, wie bereits oben gesagt, lebendiger, ewiger Geist. Und als solcher ist er ein werdender Gott, der in der Schöpfung aus sich selbst heraustritt und sich so mehr und mehr selbst erblickt. Dies ist die Selbstoffenbarung. Wenn wir hier versuchen, Schellings Philosophie in ihren grundlegenden Begrifflichkeiten zu erfassen, dann müssen wir uns stets vor Augen halten, dass Schelling, im Gegensatz zu Hegel, weniger in Begriffen, als vielmehr in Kräften denkt. Er muss sich natürlicherweise der Sprache als Mittel des Denkens im Begriffen bedienen, aber sein philosophisches Denken verharrt nicht auf der Ebene abstrakter Begriffe, sondern er versprachlicht eine Wechselbeziehung von Kräften im Wesen Gottes, die letztendlich in ihrer äußersten, man kann auch sagen, freien Wechselbeziehung zueinander auf der höchsten Stufe der Schöpfung zur Freiheit im Menschen führt. Und diese Freiheit in ihrem Wesen zu erforschen, ist gezwungenermaßen zentrale Aufgabe seiner Naturphilosophie. Denn will man das Wesen des Menschseins erforschen, so muss man das Wesen der Freiheit erforschen. Alles andere zielt am Menschen vorbei. Es ist also zuerst ein Streit von Kräften, ein Mit- und Gegeneinander von Prinzipien, was Schelling als Bedingung der Möglichkeit von menschlicher Freiheit in seiner Freiheitsschrift beschreibt. Schelling geht es dabei tatsächlich nicht um Abstraktion, sondern in der Tat um Beschreibung. Wenn er vom Urwillen spricht, meint er auch den Urwillen. Spricht er von Gott? Spricht er von einem lebendigen Wesen? Wir müssen Schelling also ganz konkret beim Wort nehmen. Überhaupt kommt dem Wort in der Schellingschen Philosophie eine prioritäre Bedeutung zu, was sich daraus ersehen lässt, dass allein der Mensch unter allem Geschaffenen über das Wort verfügt. Mit dem Wort hebt der Mensch sich heraus aus der Natur. Das Wort kommt vom Verstand. Es ist göttlicher Geist. Und damit hat der Mensch die Natur im kreatürlichen Sinne verlassen. Wie und warum kommt Gott nun zur Selbstoffenbarung? Fragen wir zunächst nach dem Wie. Grund und Existenz sind vor aller Schöpfung ungeschieden geeint in Gott. Streng genommen sind sie als Prinzipien aufgrund ihrer Ungeschiedenheit noch gar nicht vorhanden. Mit der Annahme eines derartigen gegensatzlosen Zustands geht Schelling über seine Identitätsphilosophie noch einen Schritt hinaus. Aber wie kann man das, was vor aller Schöpfung liegt, in Worte fassen? Zur Beschreibung dieses vorhergehenden Zustands vor aller Selbstoffenbarung in Gott findet Schelling gleich mehrere Benennungen im Laufe einer kurzen Passage, woran man ersehen kann, wie er nach dem passendsten Begriff der Beschreibung sucht. Ja, geradezu ringt. Er nennt diesen Zustand zunächst Urgrund, um ihn gleich darauf noch tiefer zu fassen, indem er ihn als Ungrund und schließlich als absolute Indifferenz bezeichnet. In dieser absoluten Indifferenz liegen die beiden Prinzipien, also der dunkle, regellose und sprachlose Wille des Grundes und der lichte mit dem Wort das regelhafte setzende Wille des Verstandes, unzertrennt und ungeschieden ineinander. Eigentlich sind sie, wie bereits gesagt, als eigene wirkende Kräfte noch gar nicht vorhanden. Zitat Schelling Es muss vor allem Grund und vor allem Existierenden, also überhaupt vor aller Dualität, ein Wesen sein. Wie können wir es anders nennen als den Urgrund oder vielmehr Ungrund? Dass vor allen Gegensätzen vorhergeht, so können diese in ihm nicht unterscheidbar, doch auf irgendeine Weise vorhanden sein. Es kann daher nicht als Identität, es kann nur als die absolute Indifferenz beider bezeichnet werden. Auf die absolute Indifferenz verweisend, muss Schelling nun zwangsläufig erklären, was denn nun die Schöpfung ewig in Gang setzt und sie in Gang hält. Oder anders gefragt, was muss geschehen, damit aus dem Zustand der absoluten Indifferenz, sprich dem Zustand der ungeschiedenen Einheit der beiden Prinzipien heraus, eine sich entfaltende, sich differenzierende und stufenweise sich steigernde Schöpfung möglich wird. Schelling setzt zur Beantwortung dieser Frage mit etwas an, was er als Regung und als Sehnsucht bezeichnet. So schreibt er Alle Geburt ist Geburt aus Dunkel ans Licht. Und aus dem Dunkeln des Verstandlosen, aus Gefühl, aus Sehnsucht, der herrlichen Mutter der Erkenntnis, erwachsen erst die lichten Gedanken. Aber entsprechend der Sehnsucht, welche als der noch dunkle Grund die erste Regung göttlichen Daseins ist, erzeugt sich in Gott selbst eine innere, reflexive Vorstellung, durch welche, da sie keinen anderen Gegenstand haben kann als Gott, Gott sich selbst in seinem Ebenbilde erblickt. In Gott entsteht auf diese Weise also eine Vorstellung von ihm selbst. Und diese Vorstellung, so kann man Schelling hier paraphrasieren, ist der von und in Gott selbst erzeugte Gott. Kurz, Gott erzeugt sich selbst in seinem Ebenbild. Nun denkt Schelling innerhalb seines Systementwurfs des Öfteren anthropomorphistisch, sprich vom Menschen her. Er tut dies nicht aus Verlegenheit oder mangels besserer Alternativen, sondern, wie bereits oben aus seinem Zitat über das lebendige Wesen Gottes zu ersehen war, aus der metaphysischen Überzeugung heraus, dass das Leben des Menschen die größte Analogie zum Leben Gottes aufweist. Rufen wir uns diese Passage noch einmal in Erinnerung und lesen sie nun nicht als eine Aussage über Gott, wie oben geschehen, sondern als eine Aussage über den Menschen. Verlangen wir einen Gott, den wir als ein ganz lebendiges, persönliches Wesen ansehen können, dann müssen wir ihn eben auch ganz menschlich ansehen. Wir müssen annehmen, dass sein Leben die größte Analogie mit dem Menschlichen hat, dass in ihm neben dem ewigen Sein auch ein ewiges Werden ist. Dass er mit einem Wort alles mit dem Menschen gemein hat. Ausgenommen die Abhängigkeit Folgen wir Schellings anthropomorphistischem Ansatz, so können wir von Gottes schöpferischem Wesen aus die Analogie zum Künstler ziehen, der, eine tiefe Sehnsucht nach Selbsterkenntnis in sich spürend, nach Selbstausdruck strebt und sich in seinem von ihm abscheidenden Werk, das er in sich und aus sich schöpft, mehr und mehr selbst erkennt. Im Dunkel seines Inneren, seines Grundes, spürt er den blinden, ungeregelten, verstandeslosen und daher ihm selbst nicht erklärlichen, aber unbedingten Drang nach Ausdruck. Und im Dunkel dieses Grundes liegt die regende Macht, die den Geist zum Ausdruck keimen und sprießen lässt. Wobei er in seinem Kunstwerk, das sich so in ihm gestaltet, ein Ebenbild seines Grundes erzeugt. Die Hervorbringungen eines Künstlers nennt man auch Kreationen. Die Nähe zum lateinischen creatio ist augenfällig. Es bedeutet Erschaffung, auch göttliche Erschaffung, aber auch Erzeugung und Kunstwerk. So wie Gott im Großen Ganzen erzeugt, so erzeugt im Kleinen Geschiedenen auch der Künstler. Im System Friedrich Schellings ist diese Analogie keine bloße Vergleichung zu bloßen Erklärungszwecken, sondern die in die Wirklichkeit der Schöpfung eingefaltete Identität von Sein und Seiendem. Aber hierbei gilt es zu beachten, dass der Mensch nicht einfach als ein Gott im kleinen Maßstab betrachtet werden kann. Denn Gott und Mensch unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt voneinander. Zitat Denn wenn Gott als Geist die unzertrennliche Einheit beider Prinzipien ist und dieselbe Einheit nur im Geist des Menschen wirklich ist, so würde, wenn sie in diesem ebenso unauflöslich wäre als in Gott, der Mensch von Gott gar nicht unterschieden sein. Er ginge in Gott auf und es wäre keine Offenbarung und Beweglichkeit der Liebe. Denn jedes Wesen kann nur in seinem Gegenteil offenbar werden. Liebe in Hass, Eintracht in Streit. Wäre keine Trennung der Prinzipien, so könnte die Einheit ihre Allmacht nicht erweisen. Wäre nicht Zwietracht, so könnte die Liebe nicht wirklich werden. Man ist geneigt derlei Aussagen und damit das gesamte System schnell in die Schublade des Dualismus zu tun. Aber dies wäre voreilig. Denn trotz des Dualismus bildet das von Schelling hier entworfene System in seiner Ganzheit eine Beziehung von Kräften, die sich alles andere als nur dualistisch gegenüberstehen. Im Gegenteil. Beide Prinzipien, so Schelling, sind Willen, die dasselbe wollen. Jahre vor Arthur Schopenhauers verspätet erste Porre machender Veröffentlichung von Die Welt als Wille und Vorstellung, setzt Friedrich Schelling den Willen als die eigentliche höchste Instanz, in dem er schreibt, Es gibt in der letzten und höchsten Instanz gar kein anderes Sein als Wollen. Wollen ist Ursein und auf dieses allein passen alle Prädikate desselben. Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhängigkeit von der Zeit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophie strebt nur dahin, diesen höchsten Ausdruck zu finden. Beide Willen, der Wille des Grundes und der Wille des Geistes, wollen dasselbe. Aber nur in ihrer Wechselbeziehung zueinander, in ihrer, wie Heidegger es nennt, Gegenwendigkeit, ist eine Bewegtheit als ein Werden der Schöpfung möglich. Auch hier wieder weicht Schelling von der bereits zu seinen Zeiten in den Naturwissenschaften eingeübten Herstellung kausal-mechanistischer Zusammenhänge ab. Denn der Grund will immer Grund sein. Und zugleich kann er das nur wollen, indem er das Lichtere will und so gegen sich als das Dunklere strebt. Er erstrebt also das Gegenteil seiner Selbst und erzeugt damit in sich eine Scheidung. Er braucht dafür das Licht. Denn Sehnsucht ohne Verstand kann nichts hervorbringen. Aber das Gleiche gilt auch für den Verstand ohne Sehnsucht. Nur das Wechselspiel beider Prinzipien ermöglicht die Schöpfung. Und diese ist eine Schöpfung des Besonderen, des Bestimmten, des Einzelnen, das, was für sich selbst steht. Pointiert gesagt, Schöpfung ist Scheidung. Als Geschehen ist es ein Geschehen der Besonderung. Damit ist der kontinuative Charakter der gesamten Schöpfung hervorgehoben. Aber nichts ist, würde Schelling womöglich sagen, neu unter der Sonne. Denn die Schöpfung ist ein Schaffen dessen, was schon da ist, was immer schon da war, aber ohne dem Verstand noch ungeschaffen im Grunde liegt. Würde Gott seine Autobiografie schreiben, so könnte er ihr in Anspielung auf Friedrich Nietzsche folgenden programmatischen Titel geben. Etse Deus Wie ich werde, was ich bin. Welche Stellung nimmt nun der Mensch in der Selbstoffenbarung Gottes ein? Laut Schelling ist im Menschen die ganze Macht des finsteren Prinzips und in eben demselben die ganze Kraft des Lichts. Im Werden des Menschen wird der allertiefste Grund zugleich in die weiteste Lichtung des reinen Verstandes erhoben. In Schellings Worten In ihm ist der tiefste Abgrund und der höchste Himmel. Im Menschen sind beide Prinzipien, das tiefste des Grundes und das höchste des Wortes, eine eigene, von der Natur unterschiedliche Einheit. Im Menschen sind die beiden Prinzipien überhaupt zum ersten Mal in der Schöpfung zertrennlich. Das Band, das sie in ihrem Wechselbezug aufeinander bis dahin einigte und sie in eine hierarchische Stellung zueinander setzte, ist im Menschen nun zerrissen. Das Wechselspiel wird so ein freies. Das Dunkle kann sich über das Lichte, das Dienende über das Herrschende erheben. Und erst aus dieser Möglichkeit einer neuen, gewissermaßen umgekehrten Kräftebeziehung erwächst die Möglichkeit des Bösen. Der Eigenwille erhebt sich über den Universalwillen. Der Grund über die Existenz. Es entsteht also eine Verkehrung des Göttlichen in Gott. Während in der Natur bei aller Spannung des einigenden Bandes der Prinzipien noch allenthalben Eintracht herrscht, so ist das Band von Grund und Existenz im Menschen zerrissen. Aus Eintracht wird Zwietracht, aus Klarheit Zerrissenheit. Das zerrissene Band, die Gelöstheit beider Prinzipien, erfährt der Mensch als Freiheit. Freiheit ist das Vermögen des Guten und des Bösen. Und tatsächlich, anders als jedes andere Lebewesen ist der Mensch allein fähig zu Bejahung und Verneinung. Er allein kann das Nein an die Stelle des Ja setzen und damit eine Verkehrung und Zerrüttung des Seinden herbeiführen. Im zerrissenen Band liegt also die innere Möglichkeit des Guten und des Bösen. Und so folgt daraus mit Notwendigkeit, dass der Mensch, so in Freiheit gesetzt, sich in seinen Taten für das eine und das andere zu entscheiden hat. Die Coppola und verdient es, hier hervorgehoben zu werden, denn die moralisch-theologische Tradition, die bei aller Säkularisierung ethisch mehr als nur in Spuren, der noch weiter in uns fortwirkt, setzt an die Stelle des Und ein Oder. In der Absicht, das Böse zu negieren, wird das Gute traditionell als die Abwesenheit des Bösen betrachtet, das Böse hingegen als ein Mangel des Guten. In Schellings System ist dieses Negationsverfahren absurd, denn da jedes Wesen nur in seinem Gegenteil offenbar werden kann, bleibt das Böse auch im Guten immer mit anwesend, zumindest bis hin zur vollkommenen Entscheidung als Ende der gesteigerten Selbstoffenbarung. Wenn wir davon sprechen, dass der Mensch das Vermögen des Guten wie des Bösen besitzt und eben darin seine Freiheit sich gründet, so könnte man nun annehmen, als sei das Vermögen eine Entscheidungsfähigkeit. Tatsächlich hat der Mensch die Wahl und er muss sich entscheiden. Aber er hat auch einen Hang und zwar den Hang zum Bösen und dieser liegt vor dem Entscheiden. Woher rührt dieser Hang? Er geht aus einer fundamentalen Bedrohung des Eigenwillens im Menschen hervor. Der Eigenwille im Menschen offenbart sich in dessen Ichheit, in seinem Egoismus, in seiner, wie Schelling es auch nennt, Selbstheit. Dass der Mensch als Einzelner auch aus egoistischen Motiven handelt und er sein Verhalten auf den Erhalt und die Integrität des als von einem Außen abgegrenzten Ich abstellt, wird wohl kaum jemand ernstlich leugnen. Aber so wird man fragen, wovon wird denn der Eigenwille überhaupt bedroht? Die metaphysische Antwort vom Licht, vom Verstand, vom Geist, letztend von der universalen Liebe. Denn je heller, je lichter es in dem Grunde wird, je mehr Licht das Dunkel erfüllt, umso mehr ist der seinem Wesen nach dunkle Grund in sich selbst bedroht. Dies klingt wieder nur bildhaft und eigentümlich mystisch. Tatsächlich aber ist die Bedrohtheit des eigenen besonderen Daseins die Ursache im Einzelnen von Lebensangst, aber auch von vehementer Abgrenzung. Die Überwindung von Egozentrik und Lebensangst in Theorie und Praxis ist ein wesentlicher Kern spiritueller Lehren und Religion. Da, wo diese ein Wirkungsmacht in dem Einzelnen verlieren und sich stattdessen oder parallel dazu kein politisches oder soziales Ideenkonzept zur Einbindung des Egos in ein höheres Ganzes aufnötigt, fällt der Einzelne auf sich als Vereinzelter in seiner Ichheit zurück. Er liegt am Boden des Nihilismus und sucht verzweifelt in dessen Dunkel nach Licht. In der allgemeinen Scheidung hin zum Besonderen mag die Umkehrung der Prinzipien als Folge des sie bis dahin geeinigt gehaltenen und nunmehr im Menschen zerrissenen Bandes als ein ungewollter unvorhergesehener Akt im Werden des Göttlichen erscheinen. Aber dem ist ganz und gar nicht so. Schelling verwendet in der Freiheitsschrift zwar das Wort Pervertierung, will aber damit lediglich die Umkehrung mit einem anderen Wort umschreiben. Die Konnotation, die wir heute in das Wort Perversion legen, liegt Schelling hier völlig fern. Im theologisch-theosophischen Verständnis des Begriffs drückt sich in der Pervertierung eben genau das aus, was nach Schelling im Menschen passiert. Und zwar eine Umdrehung, eine Umstürzung der gegebenen Verhältnisse. Im Menschen hat sich zwar das Verhältnis der Prinzipien verkehrt, aber deswegen ist der Mensch in seinem Wesen metaphysisch gesehen nicht verkehrt. Er ist in Hinsicht auf die Schöpfung nicht falsch. Denn in der menschlichen Freiheit als Vermögen des Guten und des Bösen spricht sich die Entzweihung von Licht und Finsternis in Gott aus. Schelling schreibt Dieses Prinzip ist eben der in der Schöpfung durch Erregung des finsteren Naturgrundes erweckte Geistes Bösen. Das heißt der Entzweihung von Licht und Finsternis. Der Mensch ist also weder eine Anomalie noch ein Unfall. Entschieden das Gegenteil ist nach Schelling der Fall. Er stellt zunächst folgende Frage Es fragt sich noch außerdem ob die Tat der Selbst Offenbarung in dem Sinne frei gewesen dass alle Folgen derselben von Gott vorgesehen wurden. Schellings Antwort Auch dieses aber ist notwendig zu bejahen. Denn es ist nach Schelling das Wesen des Menschen geschaffen er Geist zu sein. Das heißt dasjenige zu sein, was Gott ersah, als er sich selbst im Grunde erblickte und den Willen zur Natur fasste. Da in jedem Menschen als einen Gott geschaffenes Wesen dieselben Prinzipien wie in Gott walten, aber eben nur zertrennt voneinander und in Verkehrung zueinander, so ist jeder Mensch als vereinzeltes Besonderes eine geschiedene Enthüllung des bereits im Grunde liegenden Ungeschiedenen. Der Mensch kann nicht in der Unentschiedenheit sein. Er steht, wie Schelling sagt, am Scheidepunkt. Was er auch wähle, es wird seine Tat sein. Aber das Geschiedensein allein macht den Menschen noch nicht zum Menschen. Schelling geht noch einen Schritt weiter. Sein Bild vom Menschen ist das eines Erlösers. In stark christlich gefärbter Art und Form setzt er den Menschen ins Zentrum der Schöpfung und rückt die Natur in die Peripherie. So kann er sagen, denn wir haben genugsam gezeigt, dass alle Naturwesen ein bloßes Sein im Grunde oder eine nicht zur Einheit mit dem Verstande gelangte anfängliche Sehnsucht haben. Dass sie also in Bezug auf Gott bloß peripherische Wesen sind. Nur der Mensch ist in Gott und eben durch dieses In Gott sein der Freiheit fähig. Er allein ist ein Zentralwesen und soll darum auch im Zentro bleiben. In ihm sind alle Dinge erschaffen, so wie Gott auch nur im Menschen die Natur annimmt und mit sich verbindet. Die Natur ist das Erste oder Alte Testament, da die Dinge noch außer dem Zentro und daher unter dem Gesetze sind. Der Mensch ist der Anfang des neuen Bundes, durch welchen als Mittler, da er selbst mit Gott verbunden wird, Gott nach der letzten Scheidung auch die Natur annimmt und zu sich macht. Schelling weist also dem Menschen eine im wahrsten Sinne des Wortes zentrale Rolle im Werden der Selbst Offenbarung Gottes zu. Nur im Menschen, so Schelling, ist die gesamte Schöpfung enthalten. Während die Natur Gott nur eine Ahnung seiner Selbst gibt und mehr oder weniger eine Existenz am Rande darstellt, steht der Mensch mit dem Wort als Erklärer der Natur im Zentrum der Schöpfung. Schelling schreibt weiter Der Mensch ist also der Erlöser der Natur, auf den alle Vorbilder derselben zielen. Das Wort, das im Menschen erfüllt wird, ist in der Natur als ein dunkles, prophetisches, noch nicht völlig ausgesprochenes Wort. Daher die Vorbedeutungen, die in ihr selbst keine Auslegungen haben und erst durch den Menschen erklärt werden. Anders ausgedrückt, Gott kann zwar über sich im Buch der Natur lesen, aber er kann sich darin noch nicht vollkommen wiederfinden. Was er darin liest, bleibt für ihn vage. Erst die Existenz des Menschen gibt ihm eine klare Anschauung seiner selbst. Denn er, Gott, ist in ihm. Und dennoch, zur Schöpfung gehört es, dass sich das Geschaffene am Schaffenden bricht. Dieser Tatsache kann sich auch dem Menschen nicht entziehen. Der Ungrund bleibt für den Menschen unerreichbar. Er sehnt sich zwar danach im Sinne einer Erlösung von seiner eigenen, durch die Freiheit in ihn hineingelegten Zerrissenheit und spürt ihn mit allem Mittel nach, aber die absolute Indifferenz, deren einziges Prädikat die Prädikatlosigkeit ist, bleibt ihm, wenn gleich er geistig Teil daran hat, auf jener Stufe der Schöpfung, auf der er steht, verborgen. Wäre es anders, so wäre er Gott selbst. Aber so ist es nicht. Gott ist zwar im Menschen, aber der Mensch, ob zwar er das erste zentrale Naturwesen ist, wird dadurch nicht Gott. Der Mensch hat zwar als metaphysische Heimat seinen Ursprung in Gott und hat Anteil am göttlichen Geist, aber Gott vollkommen zu denken, kann ihm dennoch nicht gelingen. Denken heißt Trenn. Denken ist die Scheidung des einen vom anderen. Aber wie sollte es möglich sein, trennend das Unzertrennte zu erfassen? Das ist unmöglich. Denn sowie der trennende menschliche Verstand auf das Unzertrennte geht, kann er nicht anders, als es zu trennen. Die Grenzen des menschlichen Verstandes im Erfassen der Alleinheit sind durch ihn selbst gesetzt. Er kann aus seinem eigenen dunklen Grunde geistig schöpfen, ja, aber er kann nicht den Grund Gottes selbst erblicken. Wozu dann aber der Mensch? Wie bereits gezeigt, steht Schelling weit davon ab, ihn zu einer bloßen Laune Gottes zu erklären. Der Mensch, sagt Schelling, muss sein, damit Gott als lebendige Einheit von Kräften und als höchste Persönlichkeit sich seiner selbst offenbar werde. Der Mensch muss existieren, damit kann. Und zwar um sich, und dieser Punkt ist Schelling zum Ende seiner Untersuchung hin sehr wichtig zu betonen, in seiner Sittlichkeit, sprich in seiner vollkommenen Güte und vollkommenen Liebe verwirklicht zu sehen. Und hierin besteht nach Schelling die idealistische Endabsicht des gesamten Werdens in der Schöpfung. Indem die Prinzipien in Gott auf immer höherer Stufe miteinander ringen, scheidet sich das Gute mehr und mehr vom Bösen ab, bis beide vollends in Gott voneinander geschieden sind. In Schellings Worten Das Ende der Offenbarung ist daher die Ausstoßung des Bösen vom Guten, die Erklärung desselben als gänzlicher Unrealität. Dagegen wird das aus dem Grunde erhobene Gute zur ewigen Einheit mit dem ursprünglichen Guten verbunden. Am Ende der Offenbarung hört also das Wort auf, im Grunde zu wirken. Denn der Dualismus, der die Schöpfung Antrieb und Gott in die Existenz brachte, hebt sich durch die vollkommene Scheidung von Gut und Böse auf. Schelling gelingt es auf diese Weise, Sittlichkeit und Vernunft in idealistischer Absicht so in seinem System miteinander zu verbinden, dass sie am Ende der Schöpfung als eines hervorgehen. Und auch der Tod wird überflüssig. Denn der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Denn der Tod war nur notwendig zur Scheidung. Das Gute muss sterben, um sich vom Bösen und das Böse um sich vom Guten zu scheiden. Vom Ende her betrachtet sehen wir nun in dem Werden der Schöpfung einen sittlich motivierten Abscheideprozess des Guten vom Bösen, wobei schließlich das Gute als Sein, als das einzig Reale und das Böse als Nichtsein, als Unrealität übrig bleiben. Das Band, das Grund und Existenz in der Natur noch verbindet, und sich im Wesen des Menschen zertrennt, wird sich dann in Gänze aufgelöst haben. Denn im Zustand der vollkommenen Reinheit von Sein und Nichtsein wird es überflüssig. Gott ist dann geworden, was er ist. Etze Deus Seine if en se wenn an a a a a a a a Untertitelung des ZDF, 2020